Ich hab dir versprochen, wenn ich je irgendetwas von deinem Dad höre, erfährst du es als Erster. Ich hab letzte Nacht eine Nachricht bekommen aus dem Büro deines Dads in der Spielhalle. Und? Und? Der Anschluss ist seit 20 Jahren abgeschaltet. Zwei Nächte vor seinem Verschwinden kam er zu mir. Er sagte, er würde alles verändern. Die Forschung, die Medizin, die Religion. Das hätte er nicht zurückgelassen, Sam. Und dich auch nicht. Alan, du tust so, als würde ich ihn da bei der Arbeit vorfinden. Und er sagt dann, hi Junior, hab total die Zeit verpennt. Das wär doch was. Hecht? 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 Musik Dad, Sam, lange her. Du hast keine Ahnung.